Sie sind auf der Suche nach einer Bluetooth-Maus, wissen aber nicht welche Sie wählen sollen? Dann sind Sie hier genau richtig, denn in diesem Video stellen wir Ihnen die Top 5 der besten Bluetooth-Mäuse vor, die es 2024 auf dem Markt gibt. Ich werde Ihnen also die am besten bewerteten Modelle vorstellen. Ob Sie nun nach einem günstigen, professionellen oder sehr hochwertigen Gerät suchen, ich verspreche Ihnen, dass Sie finden werden, was Ihnen gefällt. Viel Spaß bei dem Video. Vielleicht kennen Sie Logitech bereits? Das wäre nicht überraschend, vor allem, wenn Sie ein Fan von Bürokratie sind. Diese Schweizer Marke ist sehr präsent, egal ob es sich um Mäuse, Tastaturen oder Kopfhörer handelt. Unsere erste Maus ist eines der beliebtesten Modelle auf dem Markt, da sie qualitativ hochwertige Geräte anbietet. Mit über 6000 Bewertungen auf Amazon hat sie 4,6 von 5 Punkten. Als verbesserte Version der MX Master 3 wird sie für ihre Ergonomie sehr geschätzt. Sie wurde für Rechtshänder konzipiert und so gestaltet, dass das Greifen mit der Handfläche sehr einfach ist. Auch der Mechanismus der Tasten wurde überarbeitet, sodass das Klickgeräusch sehr leise ist. Sie wird mit der Software Logi Options Plus verwendet, mit der Sie alle Geräte der Marke im Alltag verwalten können. Sie ist also ideal, wenn Sie bereits Teil des Logitech Ökosystems sind oder es werden möchten. Hier ist ein weiteres sehr gutes Modell von Logitech. Mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ist sie ideal, wenn Sie eine einfache und effiziente Maus zum kleinen Preis suchen. Mit nicht weniger als 4400 Bewertungen auf Amazon hat sie einen Durchschnitt von 4,5 von 5 Sternen. Sie hat die Besonderheit, dass sie zwei Größen anbietet. Sie eignet sich daher sowohl für kleine als auch für große Hände und sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder, da es beide Versionen gibt. Die Seiten sind mit Gummi verstärkt, um eine bessere Griffigkeit zu gewährleisten und wegen ihrer Ergonomie ist sie sehr geschätzt. Sie hat auch zwei anpassbare Seitentasten. Weiterhin gibt es drei weitere große Vorteile. Ein Mausrad, das sich als besonders effizient erweist. Eine sehr gute Akkulaufzeit und das Geräusch des Klicks ist nicht wahrnehmbar. Außerdem ist sie in verschiedenen Farben erhältlich. Weiß, schwarz und pink. Unser drittes Modell ist für mobile Gamer gedacht. Razer ist eine Marke aus Singapur, die dafür bekannt ist, qualitativ hochwertige Computer-Hardware anzubieten, vor allem für Gamer. Sie bietet ein komplettes Sortiment an, von Computern über Tastaturen bis hin zu Stühlen. Mit über 1300 Bewertungen hat die Maus, die wir Ihnen hier anbieten, eine durchschnittliche Bewertung von 4,5 auf Amazon. Mit einem sehr schönen Design ist sie leicht zu transportieren, da sie nur 120 Gramm wiegt. Sie ist beidhändig, also sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Sie wird auch wegen ihrer hervorragenden Präzision geschätzt. Sie ist da ideal für Fans von Videospielen, aber auch für diejenigen, die ihre Fotos präzise bearbeiten möchten. Erwähnenswert ist auch, dass sie sehr gut auf Glasoberflächen funktioniert. Sie wird mit zwei AA-Batterien betrieben und hat eine Laufzeit von 350 Stunden. Dies ist eine weitere ausgezeichnete Maus von Logitech, die für ihre Ergonomie sehr geschätzt wird. Wie Sie sehen, hat sie eine originelle Form, die sich perfekt an die Ergonomie ihrer Hand anpasst und eine Fehlhaltung des Arms verhindert. Das liegt daran, dass sie für Menschen gemacht ist, die intensiv mit einer Maus arbeiten und ihre Handgelenk schonen möchten. Sie hilft also, Verspannungen im Unterarm und im Handgelenk zu reduzieren, indem sie ihre Hand auf natürliche Weise um 60 Grad aufrichtet. Mit über 8700 Bewertungen auf Amazon hat sie eine Bewertung von 4,5 von 5. Trotz ihrer außergewöhnlichen Abmessung ist sie sehr leicht und wiegt nur 135 Gramm. Sie wird über einen USB-C Anschluss aufgeladen und hat mit einer 3-minütigen Aufladung eine Laufzeit von 24 Stunden. Mit 6600 Bewertungen hat unser neuestes Modell eine hervorragende Bewertung von 4,6 von 5 auf Amazon. Und wieder einmal ist sie eine Logitech, was die hervorragende Qualität dieser Marke beweist. Diese Maus ist für ihr gutes Design bekannt und wird für ihre Ergonomie und Robustheit geschätzt. Außerdem ist sie kompakt und wiegt nur 99 Gramm. Sie kann also problemlos überall mit hingenommen werden. Sie kann auf allen Oberflächen verwendet werden und ihre Software Logi Options Plus bietet die Möglichkeit, die verschiedenen Tasten neu zu belegen. Dazu gehören auch die Smart Actions, die es ermöglichen, mit einem einfachen Klick eine Reihe von komplexen Aktionen auszulösen. Was schließlich die Akkulaufzeit betrifft, so beträgt diese 70 Tage mit einer einzigen Ladung. So, das war's für heute. Sie wissen jetzt alles über die 5 besten Bluetooth-Mäuse. Die Links finden Sie in der Beschreibung in der Reihenfolge Ihres Erscheinens, wenn Sie weitere Details oder technische Informationen haben möchten. Vergessen Sie nicht auf den kleinen Daumen nach oben zu klicken und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal für ein neuer Hightech Top 5.